Reflexfeder, das Aus für offenstehende Gartentore. Die neue patentierte Reflexfeder sorgt dafür, dass sich Ihr Gartentor selbstständig schließt. Die Reflexfeder kann ganz einfach bei Dino und Topcolor Gartentoren mit wenigen Handgriffen nachgerüstet werden. Bei der bestehenden Toranlage die Muttern der Toraufhängung lösen und anschließend den Torflügel herausnehmen. Nun die untere Toraufhängung durch die neue Reflexaufhängung ersetzen und den Torflügel in den Torpfosten einhängen. Den Torflügel justieren und die Muttern festziehen. Kunststoffhülse und Reflexfeder über die neue Toraufhängung stülpen. Darauf achten, dass der mittige Draht in der dafür vorgesehenen Führung liegt. Hutmutter festziehen, fertig. Das Tor schließt nun selbstständig, sicher und bequem. Bitte Türe schließen, gehört der Vergangenheit an. So können Ihre jüngsten Familienmitglieder oder auch Ihr Hund das Grundstück nicht unerwünscht verlassen. Die Neuheit von Kraus, Ihr Spezialist für Zaunsysteme.